Musik Geschüttelt hat mich die Woche, als ich die Bilder gesehen habe aus Kapstadt. Brennende Bibliothek, historische Bibliothek. Ich habe sofort hier an unsere Amalia-Bibliothek denken müssen in Weimar. Wie schrecklich ist das, wenn unser Gedächtnis brennt. Ich hoffe, dass sie viel dort retten konnten. Gerührt hat mich und gefreut, dass sie in Frankreich jetzt Ökozid als Tatbestand des Strafrechts aufgenommen haben. Ich hoffe, dass das europaweit Schule macht. Dass niemand, der mutwillig, auf Kosten der Natur und naturzerstörend sich bereichert, straffrei davon kommen kann. Das finde ich klasse und hoffe, dass das Schule macht. Im Übrigen, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Amen. Musik Musik Musik